Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von MyBlogsTierTip und heute bin ich, der Robin, wieder dabei. Und Leute, es ist so, ich habe vorgeschlagen als Spieletipp Vacation Story. Und Leute, es gibt da jetzt ein neues Update und ihr fragt euch bestimmt, was ist das eigentlich? Und das werde ich euch jetzt zeigen. Also Leute, es ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Es ist vor allem das Weihnachtsmann, wo die meisten Spieler sind. Ich verlasse jetzt auch mal, weil es war einfach so schlecht irgendwie. Ja, die sind jetzt gut. Geht nötig auch mehr. Genau, jetzt tut es gut. Noch drei Leute brauchen wir. Das wird dann automatisch. Aber ja, jetzt verlasst bitte nicht wieder alle. Hier kommen wieder viele. Ja, und wir sind sehr viele. Genau, wir sind sehr viele. Und dann werdet ihr einfach in ein anderes Spiel teleportiert, Leute. kriegt ihr dann 7 7 e das jetzt alles christmas geschmückt 7 so könnte es dann weg machen und ich habe ein abzeichen weil ich im weihnacht und dann sind wir mal gespannt was ende leute aber leute das war nun mal als zeige wie es ist und das war's mit dem video danke fürs zuschauen wir haben wir weihnachtsmittag heute hat mich sehr gefreut